Liebe Besucherinnen und Besucher aus dem Pixellabor in Bielefeld, gute Neuigkeiten. Das Pixellabor macht wieder auf am 8. Juni um 14 Uhr. Wir haben schon alles vorbereitet. Die Tische stehen anders und wir müssen Regeln beachten, damit wir gesund bleiben. Wir freuen uns auf euch. Es grüßt sie Frau Sadra und das Pixellteam aus Bielefeld. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.